So, herzlichen Willkommen zum Türchen Nummer 17. Wir haben es hier und zwar ein längliches Paket, die Leslie Blitztürme. Sehr feine Teile und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim Test draußen wieder. Okay. Richtig geile Brände. Gut, dann sehen wir uns morgen beim nächsten Türchen wieder. Bis dahin. Viel Spaß.